Die Nummer 10, meine letzte Maler, München! Im Tor von zwei Neuen, der Mann, herzlichst mich mit euch! Ich wünsche, meine Leute! Neue! Ich habe unsere Stadte! Was wollte ich? Die Nummer 10, meine letzte Maler, alle! Und der Nr. 13, Lerner, Lichler. Mit der Nr. 21, unser Kapitän, Siddich. Die 25, Thomas. Mit der 28, Holger. Die 31, Bastian. Mit der 33, der Torschutzkönig der Bundesliga der letzten Saison, Mario. Mit der 39, Toni. Und die 44, aber Toni. Auswärtige Spieler für das Tor und Törer 22, Jep. Zerweiler aus Kompos, mit der neuen Nils. Mit der 11, wieder gewesen, Idica. Die 14, was er freut sich aber aus Japan, Takashi. Mit der 17, auch neu, aber es ist in Bayern. Schön, dass du da bist, Junge. Jérôme. Mit der 23, Daniel. Die 26, Diego. Mit der 27, David. Jürgen. Und los, da kommt es. Mit der 30, Lüis. Gustavo. Das alles am Heute, unter dem Regie-Instestrigen Gespanns. Der Tiger, Hermann Gerdand, unser neuer Co-Coach, Peter Herrmann. Und der neue und alte Geschäftsführer des FC Bayern München. Jups! Danke!